Es sind zwei Fahrzeuge auf der B131 zusammengefahren. Da sind zwei eingeklemmte Personen in den Fahrzeugen gesessen. Und wir haben sofort die Menschenrettung vorgenommen, Höflein mit dem ersten Fahrzeug und wir mit dem zweiten Fahrzeug und haben relativ schnell die Personen gerettet. Eine Person ist mit dem Rettungshubschrauber weggekommen, war aber ansprechbar und die zweite Person ist per Rettungsauto ins Spital gefahren worden. Wir waren zwei Feuerwehren, Höflein und Ottensheim und wir waren mit 28 Mann im Einsatz und mit fünf Fahrzeuge.